Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge bei Planety, dem Game & Fun Channel. Heute wieder mit einem WoW, Gold Guide und Raid Run. Heute befinden wir uns auf der Höllenfeuerhalbinsel. Und wir starten heute mit Magtheridons Kammer im 25er. Mal sehen, wie viel Gold wir diesmal erhalten. Und los geht's. Die ganzen Postel und Gegner, die überhaupt kein Problem. Und da sind wir auch schon. Dein Boss. Keine 10 Sekunden, dann muss der Down sein. Jawohl, das war schon. Ohne Probleme. Oh. 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 Ging ganz schnell. Also war gar kein... War nicht viel Aufwand. Zwar auch nicht viel Gold gemacht bestimmt, aber... So, dann noch eben hier raus. Und das war schon mit dem Guide hier wieder. Drei Minuten Aufwand. Wie viel Gold es wieder geworden ist, schreibe ich wieder in der Beschreibung rein, wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich. Bis später. Bis später. Bis später. Jetzt. Vielen Dank.